Hallo liebe BBQ Freundinnen und Freunde, da bin ich wieder, der Dirk. Herzlich Willkommen auf meinem Kanal, heute machen wir was richtig Spannendes. Ich bin so oft gefragt worden, wild, wild, wild. Klar, machen wir. Rehrücken, geräuchert, dazu machen wir einen richtig leckeren Schmorkohl mit Cranberries. Lass dich überraten, bis gleich. Also, was brauchen wir alles? Wir brauchen Rehrücken, dann habe ich Erdbeermarmelade, Walnüsse, Cranberries, getrocknete. Geleucht vom kleinen Bertmann, danke dafür. Hamburg Steakpfeffer vom Ankerkraut, auch dafür danke. Hier habe ich ein schönes Meersalz, Rotwein, Cabernet, Sauvignon, geht immer. Zwiebel, Spitzkohl und viel Laune zum Grillen. Bis gleich. Machen wir uns als erstes die Marinade. Schön, bisschen Erdbeermarmelade da rein. Können natürlich auch Preiselbeeren nehmen. Wir haben heute Erdbeermarmelade genommen, geleucht. Seid nicht nur geizig. Ein bisschen passt noch. So, ein Hauch Pfeffer und natürlich etwas Salz und ein Schlöckchen Brotwein. So, das reicht schon. Das Ganze verrühren wir. So, das ist eine schöne cremige Marinade wirkt. Dann haben wir hier eine Molle. Da packen wir ein Filet rein, einen halben Rücken und noch einen halben Rücken. Die Marinade packen wir da drüber. Sehr schön. Und ein wenig einmassieren. Oh, ist das schon wieder lecker. Natürlich könnt ihr das über Nacht ziehen lassen. Überhaupt gar kein Thema. Ansonsten lasst es einfach kurz ein bisschen draußen, da wo es nicht allzu kalt ist, ziehen. Dass die Fasern nicht ganz so geschlossen sind. Dann zieht die Marinade auch schnell ein. So, das stelle ich jetzt beiseite. Lass es zwei, drei Stündchen ruhen. In der Zwickenzeit können wir uns dann schon mal der Eilage widmen. So, unser Fleisch hat jetzt zwei Stunden gezogen. Das legen wir jetzt auf den Grill. Den Grill habe ich indirekt eingestellt. Links, rechts. An, die Mitte ist komplett aus. 150 Grad reicht völlig aus. Hier habe ich eine Räucherbox stehen, um ein bisschen Rauch drauf zu geben. Und hier habe ich nochmal ein Gitter extra hingestellt. Das ist ein sogenanntes Entkopplungsgitter. Wenn ich jetzt mein Reh direkt unten auf die Roste drauf lege, dann würde die Kontakthinze auf den Rosten dafür sorgen, dass das Fleisch anfängt zu kochen. Und kochendes Fleisch heißt immer C. Deswegen machen wir das nicht. So, dann nehmen wir unseren Rehrücken. Nummer eins. Nummer zwei. Und das Filet legen wir auch noch da drauf. So, wie gesagt, Grill ist auf 150 Grad indirekte Hitze eingestellt. Zur Sicherheit geben wir uns nochmal kurz einen Thermometer, einen Kernfühler mit dazu. Et voilà. So, reinsetzen, rausführen und schließen. 150 Grad, reicht aus. So, Spitzkohl und Zwiebeln habe ich klein geschnitten. Jetzt geben wir das Ganze in den Dutch Ofen. Dazu brauchen wir natürlich ein bisschen Fett. Et voilà. Spitzkohl mit den Zwiebeln da rein. Ja, und das brüttelt schon. So, dann kann man jetzt erstmal ein bisschen brütteln. So, jetzt werden wir mal unseren Spitzkohl ein wenig rühren. Ah, wunderbar. Leichte Röstaromen, wunderbar. Ich mache jetzt in der Mitte mal so ein kleines Lötzchen rein. Dann können wir unsere Zutaten viel besser der Hitze zuführen. So, Cranberries. Yeah. Walnüsse. Pfeffer. Und Salz. So, das Thermometer ist gerade auf 52 Grad umgeschlagen. Wir werden jetzt, um die Karamellisierung außen noch ein bisschen schöner hinzukriegen, werden wir den Rehruppen noch einmal schön ganz kurz einen Hauch karamellisieren. Schauen wir mal. So. Rehruppen ist ein sehr, sehr feines Wild. Es ist ein junges Tier. Und auch hier zieht es durch wie ein schönes Stück Rind. Mega lecker. Unser Spitzkohl. Fantastisch. Eine leichte, rosa, farbene Nuance haben wir. Dann wollen wir das Ganze doch mal ein wenig auf den Teller bringen. Und das Ganze auf Spitzkohl mit Walnüssen und Cranberries. Einfach gemacht, geile Vorspeise, Hauptgang, Scheibchen Brot dazu. Schön Semmelknödelauflauf oder Semmelknödel im Allgemeinen. Mega lecker. Sollen wir das Ganze mal probieren. Ich freue mich schon. Wenn jetzt einer sagt, wild geht nicht, mega lecker. Liebe Grillerinnen und Griller, ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Ihr wisst Bescheid. Hinterlasst ein Abo, ein Like. Ich freue mich. Tschüss.